Röck hier im Skirikion Simulator 2012 mit Hudi Ellen und Niki24. Ja, hallo, ich hab immer noch nicht gerade einen ausgenopft gefunden. Hilfe, ich krieg's gerade nicht hin. Oh Gott. Wieso kann ich mit der Nase einen Touchscreen nicht bedienen? Versucht immer mit eurer Nase... Das gibt's auch nicht. Ich kann mit meiner Nase nicht den Touchscreen bedienen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann das. Ich versuch's grad auch. Nochmal. So dämlich. Okay, Skido, renn. Ja, warte. Wo bist du? Jetzt geht's auch. Wo bist du? Ich dann hab grad irgendwann einen Abgang runter. Ja, jetzt bin ich grad hochgekommen. Das ist scheiße. Ich fall jetzt wieder runter. Gleich mal gegen den ersten Baum. Okay. Aber du hast, glaube ich, den besseren Skido, oder? Meiner fährt 60. Scheiße! Wieso? Ja, jetzt häng ich hier. Ich hol dich. Warte, komm ich hier voran? Geh mich mal holen. Wir können hier mal so eine Around-Folge malen, wo wir ein bisschen durch die Gegend cruisen. Ja, ich komm hier aber grad nicht weg. Ich hol dich schon. Keine Sorge. Oh, der Tag ist ja schon vorbei. Dann geh mal dahin, wo ich war. Um Gottes Willen. Wir haben viel mehr Geld gemacht als gestern. Achtung, guck dir mal. Huh, guck dir mal. Aber wir haben weniger Gäste bedient als gestern. Ja, aber nein. Aber mehr Tageskarten verkauft. Wir haben total Gäste mehr. Guck mal hier. Ihre Popularität ist gestiegen. Okay. Guck dir mal die Zufriedenheit von den Jungsenioren an. Die Jungsenioren, ein Prozent. Und guck dir mal jetzt hier Paare an. Siehste? Paare ist eins hochgegangen. Och nein. Und Jugendliche und Singles, die gestern die zweitschlechtesten waren, von denen du noch was abziehen kannst, die haben jeweils eins abgenommen. Steckst du immer noch fest? Ich will dich. Ja, aber ich bin nicht mehr in meinem Skidu. Warte. Jetzt bin ich wieder drin. Vamos. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ja. Du musst doch hier... Ah. Komm. Nein, nein, nein. Niki, bleib da weg. Äh, bist denn du da reingekommen? Ja, ich wollte den Abhang runter. Oh, schief. Der Gummeln wir nicht raus. Obwohl, warte mal, wenn ich schiebe vielleicht. Langsam, langsam. Sonst sechst du auf dem Dach. Yolo, Yolo. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ein Pistenbully hinterher. Machen wir eine Pistenbully-Rundfahrt. Äh, mit Schild. Ohne. Ohne? Ja, ganz Single-Trail. Nein, ich will in den da hinten. Das hier ist meiner. Nein, vorne das erstmal abschoppeln. Die Pistenbully jetzt auch noch dazu, oder? Wie? Nein, 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 nein. Wir machen eine Rundfahrt. Nein, der muss jetzt da... Ich will mein Skido wiederhaben. Nein. Tim, das machen wir gleich auf. Ich will verdammt nochmal mein Skido wiederhaben. Tim, ich kick dich gleich. Nein, ich will jetzt mein Skido wiederhaben. Tim, du bleibst sofort stehen. Tim. Tim, wirst du jetzt böse? Ohnein, jetzt checke ich fest. Das ist höchstisch wahr. Äh, brauchst du Hilfe? Ja. Ja, tut mir leid, ich häng schon am Berg. Oh Mann, ey. Oh, Tim, alles nur wegen dir, du Esel. Ja, tut mir leid, aber da geht's nicht lang. Ich muss mich doch besser um die Skidos kümmern. Nach der Folge muss ich den Server dicht machen und erstmal wieder alle Fahrzeuge zurücksetzen. Danke, Tim. Ja, gleich kommt noch eins dazu. Ist der... Das Gatter da rechts höher? Wo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck, da kommt der Wammhaus auf mich zu. Jo, jo, Stück vor, Stickel vor. Jo, 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 schlägt mal. Jo, 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 jo. Ich schlag grad rückwärts, gell? Jo, 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 jo. Jo, weiter, weiter, jo, 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 jo. Nicht mich umfahren. Ja, 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 komm, 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 bisschen weiter nach do. Ja, 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 ja. Und jetzt Gas, 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 Gas. Super geil. Komm, schieb. Ich geb Gas. das ist jetzt nicht wahr Tim ey was machen wir jetzt in der Folge wir haben noch ein bisschen Bulli nein 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 oh Tim das kann nur jetzt nicht wahr sein dass du alle Fahrzeuge hier umstellst aber ich wollte mir ein Skidoo Rennen machen gell ich wollte mir ein Skidoo Rennen machen gell ja ich hol gerade den nächsten Pisten Bulli weißt du was das beste ist das einzige was du tun kannst ist mich kicken und das hast du getan ja